hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge der märchen throwdown mit dem herrn gleich wir machen jetzt mal gleich und den werden sofort nehmen kann wir machen ein pack opening auf meinem erst account das hatte nämlich ziemlich nötig das war jetzt eigentlich ist aber egal so ich bin am überlegen also will of the housewife ist eine geile sache mit dem hier kann ich jetzt glaube ich ein bisschen weniger nein 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 ich mache die will die hawk in haus wir drücken zusammen mit dem guck dass du nicht das andere trotzdem so und dann gucken wir mal was bei raus kommt jetzt machen wir weiter hier mit den ja also ich drücke jetzt das erste mal drauf hier und die sie nicht und 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 super legy nummer drei jetzt legy mit ansage ja du kriegst jetzt hier die epic epic mit ansagen epic zieht in der truff drücke dojo beiden legy mit ansage so drei stück haben wir schon noch eine dojo beiden jetzt bin ich wieder dran und 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 jetzt ist er noch mal meine vierte legy geil 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 ich glaube jetzt das epic kommt geil fünfte legy am start ich sag epic und dann kriegst du die kenne ich noch gar nicht stop hitting yourself kenne ich noch nicht ganz neu komplett neue karte geil stop hitting yourself cool nice man so dann gehen wir noch mal hier rein das ist links hier tot licking haben sie jetzt aus einer legy gemacht und da ist ja eine neue ok und da haben wir 5 6 5 6 ok 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 inhalieren inhalier sie inhalier sie und jetzt drücken wir drauf so ich habe sie jetzt geschnürpft so also eine leuchtpistole wolltest du jetzt schon wieder drauf drücken nein 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 nur die daumen nur die zeitgelegen ich habe ja 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 stoppelfinger waschen von mir da ja so und 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 wow eine projekte ist jetzt bei mir gestimmt epic ich sage jetzt auch wieder epic toll die wahrscheinlichkeit ist immens hoch dass es eine epic ist ich ziehe momentan das sind super epic dann sage ich jetzt noch mal eine epic das wäre cool wenn ich wenigstens eine legy hier noch raus bekäme oh damen toll das kannst du jetzt für ungefähr wie viel ich sage jetzt ungefähr so als würdest du ein lotto schein aus ausfüllen und ich würde predikten du hast keine sechs richtige ja meine predikten du hast keine 6 okay ich habe jetzt zweite mal richtig ich sage eine epic toll toll sechs von mir waren richtig sollen ich krieg dir jetzt wieder eine epic als abwechslung mal eine epic toll du bist ein richtiger hellseher stellt ihn euch vor mit einer glaskugel vor der nase ein glaskugel vor der nase ein glaskugel vor der nase ich sage jetzt wieder na was sage ich jetzt ich sage eine epic lächerlich echt lächerlich es kommt eh keine legy das ist das kann nicht wahr sein ich habe nicht eben gerade gesagt ich sage jetzt ich sage eine epic toll wow du hast echt voll drauf ey ja neun stück neun kollektions sind richtig ich sage warte mal was sage ich denn jetzt ich sage ne epic neun stück sind richtig das ist das kann nicht wahr sein ich habe echt eben gerade gedacht warte mal ich sage jetzt eine epische karte oh du wechselst wow kannst du ja mal ein bisschen sagen ob es ne 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 farmable sein soll oder nicht ok ich sage ne farmable ne farmable epische karte weil ähm ich hoffe es ich hoffe dass ne farmable sag ne erotic friend fiction ist nicht farmable ja also ich sage jetzt mal bis jetzt sind same predictions richtig so kaum habe ich es ein bisschen schwerer für ihn gemacht warte mal was sag ich jetzt ich sag episch und nicht farmable ne karaoke karte er ist nicht farmable oder ich werde bekloppt nein perfekt richtig elf predictions toll ja super das ist ja eine wahnsinns herausforderung so dann gucken wir mal hier rein hier haben auch noch drei lechys meine positions haben fast immer gestimmt und fangen wir mit dem kraft stein fangen wir mit dem great mit dem great nein wir fangen jetzt mit dem kraft stein an danach die great epic ja genau kommt eh nur schrott bei raus so das kannst du machen den schrott den schrott den schrott davor hast du auch aufgemacht du kannst du die phänomenale steine aufmachen 130 stück ja hervorragend ich könnte mir nichts schöneres vorstellen Herr Geischen ich habe ja immer noch ein Projekt anlaufen dass wir die steine so lange sammeln ja bis Konrad sagt ne ich bin ja mal gespannt wann dann da feierabend ist so jetzt fangen wir den greater epic stones an vier stück haben wir und ein samurai toshi ein samurai toshi ich werde ich bin hellauf begeistert samurai toshi und ein Stern juhu jetzt den kannst du jetzt schon doppelfusen pfff der passt super der passt super in dein deck rein super der vergleichst du den anderen karten sehr stark ähm ja generalprobe so juhu hervorragend ja die haben sich ich habe bis jetzt glaube ich nur zwei mal eine litchi daraus gezogen aus dem plan ok jetzt gucken wir mal hier was kommt aber jetzt noch aus was ist es ich habe auch wieder aus den gräten von fünf stück fünf lages gezogen ja ist ist klar ist klar ja 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 ich habe noch keine einzige ich habe noch keine einzige gezogen ich habe noch keine einzige gezogen und ich bin gerade am überlegen ich muss mal kurz gucken ja also wenn euch das video würde ich mich sehr über ein ein abo und ein nein weißt du was ich mache das war das letzte mal gewünscht und da habe ich echt relativ viel erfolg gemacht nicht nein einfach kommen und pecks mal gerade durch ballern willst du mich für eine ich will ich habe da ziehe ich momentan da ziehe ich momentan mehr lechis als alles andere ich will jetzt mal wer braucht zum geier bitte kommen und pecks wer solltest du eine litchi bei 150 common packs ungefähr kannst du fast automatisch mit der litchi ich habe das letzte mal sogar leider habe ich nicht aufgenommen zwei litchis bei einem pull bekommen ja gut schreibt leute schreibt mal bitte in die kommentare wer von euch bitte noch die common packs aufmacht dieser gibt es genug ich schätze niemand doch da gibt es genug wer ein bisschen weiter im spiel ist nein da gibt es genug doch weil du wirklich ja du hast wenn man 500.000 und kriegst nichts mehr mit hinzu was bringt das dann ist natürlich nicht tun ja alle epics leute nein 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 das mache ich natürlich jetzt nicht aber das werden einige jetzt mal mit wegfliegen beispiel was waren es 120 kann ich glaube ich auch noch was soll ich denn mit dem ganzen ihr wasser boomhauer holi slapper bürger hallo ich zeige jetzt eine pre-combo hallo was soll ich denn mit dem schrott chosen brine fry oh wie viel käse ihr damenringen der macht dj buttercup dojo biden alter wo ist der stan den kannst du doch jetzt double füsen erotik friend fiction fisch pheromone oh my god nein fisch pheromone oh my god was haben wir denn oh josh dress rehearsal ja ja dress rehearsal hieß das ding mal stimmt der josh ich glaube nicht mal der deutschen version hieß das generalprobe richtig das hieß erstmal dress rehearsal oh mein oh mein oh na gut dann könnte man sogar mal ich weiß nicht wie hoch der hoch geht der gleich was denn bitte habe ich genug plätze aber den kram ich auch nicht 450 minus 267 das ist dein platz oh ok du hast sogar schon vor dem recycling genug platz gehabt nein doch nein 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 weil ich nämlich dann noch ihr zwei du hättest nur die comments recyceln müssen dann hättest du genug platz gehabt um dieses pack zu öffnen nein doch wenn es 120 sind dann hast du genug platz nein 201 nein zwei nein 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 hinten was zuvor mal alle 100 2 80 ich hab doch nicht alles ich will ich will machen ich mache jetzt 200 ich mache jetzt das geht ja schnell ich wäre ja schon längst fertig gewesen aber du musst ein jahr schreibt mal in den kommentar wie es mir im aushalte so wir können ja mal spiegeln oder was das ist aus der kontrolle was machst du da bist du das könnte mal gucken wir können mal gucken wie viel dabei insgesamt was machst du eigentlich da bist du eigentlich total ich weiß es ist was machst du da ja dann drehst du mal jetzt wieder richtig sag mal was ist bei dir kaputt was glaubst du es falls ich schneiden sollte im schnitt so die stimme rückwärts einblenden übersteuert so oft gleich es geht mir nur darum das ist jetzt hast du übersteuert das leistet wird ja genau okay dann jetzt können wir mal hier mal hier richtig da glaubst du es die leute die die kriegen ja was weiß ich die den geworfen bei denen falsch gelaufen das sage ich daher sofort macht ja er hat jetzt eine neue funktion fest und jetzt kann er stundenlang damit rumspielen mache es doch bitte einfach mal richtig du das ist nicht wahr also kommen wir geht anstelle dass ihr euch da diese sprüche drunter einfallen lassen jetzt einfach mal auf den kopf und dreht einfach mal auf die seite und solche jungen kerle wie der herr sofort lache sich ungefähr so so sieht es auch so macht doch mal bitte nein ich sehe es doch das ist nicht richtig die du hängst du hängst auch gleich nach unten dreh das scheiß ding jetzt gleich durch das konzert und screen auf die dresdorf sieht man doch nicht ist doch fast gleich auf jetzt meine güte mit sowas kann der kann man den beschäftigen unglaublich bilder spiegeln drehen juhu ich habe gar nichts getan und der gleich unterstellt mich so und jetzt lassen wir das ding hier mal durch was ist das denn ich habe so lange keine packs mehr auf also die packs hier aufgemacht ich habe gar keine ahnung wie es aussieht als ob es jetzt so schnell geht ja lächerlich aber es ist so funktioniert so jetzt mache ich noch zwei oder drei von den dings hier raus da muss gar nicht mehr schneiden leute da kann ich einfach leute ich sehe dass ich nicht mehr schneiden guck da kann ich einfach da ist umgedreht jetzt brauchst du kein stück mehr leute bitte mach jetzt dass ich fertig werde ich wüsste schon 1000 dann mache ich mal drei stücke auf also du hast echt eine macke ohne ende das ist jetzt noch eine blöds ball ja davor einer und jetzt hier noch mal eine so und jetzt noch alter was ist noch einmal alter was ist denn da los jetzt noch eine rauskommt nein ich brauche noch die gigi was du kannst auch eine drehung du kriegst auch gleich eine drehung so wenn es euch fallern lasst uns mal leichter schreibt was die kommentare und den kanal und soll das nächste mal ein wenn es wieder heißt voll horcht am start alles als werbs offen hat doch mal ehrlich ja alles klar macht's gut bis dann und tschüss alles